Hi, Uwe hier, grüßt euch. Ja, ich bin wieder unterwegs und zwar bei einer Wanderung. Ich bin in Reitwein, das ist in der Nähe der polnischen Grenze. Ja, hier war zum Ende des zweiten Weltkriegs eine ganz schön große Schlacht oder die letzte Schlacht vor Berlin. Unter anderem werde ich mir hier diesen Befehlsstand des Admiral Schukow anschauen, wenn ich ihn finde, da muss er mitten im Wald sein. Ja, ansonsten sehe ich hier noch eine Priesterschlucht unterwegs, werde ich mir anschauen. Ja, circa 13 Kilometer. Ich zeige euch auch die Karte, wo das hier ist. Und wer will, ja, den Link dazu von OutdoorActive lege ich auch unter das Video. Kann man sich anschauen. Ja, da werde ich erstmal loslaufen. 13 Kilometer. Ja, das Wetter ist nicht ganz so toll, bisschen bewölkt und windig, aber es soll wohl trocken bleiben, so wie ich gehört habe. Schauen wir mal, ob es so wird. Na dann, viel Spaß. Gleich zu Beginn hier an Lost Place, das Bergschlösschen habe ich gerade fotografiert, den das hier nur als Schild. Also sieht nicht so aus, als ob hier noch jemand wohnt. Und wenn, dann sehr schlecht. Stehen zwar ein Haufen Autos, aber die Häuser sehen wirklich übelst aus. Ja, doch, die Fenster sind relativ neu. Na ja, ne. Hier möchte man nicht holen unbedingt. Steht aber unter Deckmalschutz dieses Haus. Ne, Naturschutzgebiet steht da bloß dran. Na ja. Okay. Da ist nichts mehr zu sehen hier. Da wächst das Ungrot in der Stube. Oh, ein Kachelofen. Na ja. Ich sag ja, irgendwas sieht man immer auf dem Weg. Aber das ist schon eine Ruine hier. Da lohnt sich nichts mehr groß zu gucken. Na ja. Unten hoffen, abgefuckte Autos stehen hier rum. So, aber erstmal weiter. Ja, ein paar Hügel gibt es ja auch. Das ist ja hier. Gehört ja mit den Seeleuerhöhen wahrscheinlich. Die ganze Landschaft. So, mal schauen, wo ich jetzt hier danke hier. Heimat, Leerfahrt, Heidweinersporn könnte das sein. Ah, hier steht schon. Schukow Befehlsstand. Dies will ich mal anschauen. Priesterschlucht. Schöne Aussicht. 2,9 Kilometer. Ist alles gar nicht so weit. Na gut. Und ein Slavischer Burgwoll gibt es hier auch noch. Das wird dann schon etwas älter. Dicke Eiche. Kaiserberg. Hört sich interessant an. Dann mal los. Oh, jetzt kommt sogar die Sonne raus. Heute zum ersten Mal. Und jetzt ist es gegen neun schön. Hoffentlich bleibt es so ein bisschen. Also ich komme nicht gleich zu diesem Befehlsstand. Meine Runde geht erstmal in die andere Richtung. Wahrscheinlich dann auf den Rückweg. So genau weiß ich das nicht. Mal schauen. Jetzt geht es erst hier oberhalb von diesem Dorf Reitwein weiter. Laut meinem GPS. Und das hat immer recht. Ja hier ist auch ein Hinweisschild auf das Oderhochwasser vom Sommer 1997. Und da war auch hier dieser Ort betroffen. Reitwein. Also hier sieht man ja diese Wiesen. Ich weiß nicht ob in die Richtung dann auch die Oder ist. Könnte sein. Und das war dann alles hier unter Wasser. Muss schon enorm gewesen sein. Ja also in diese Richtung ist quasi die Oder da hinten irgendwo. Von hier aus leider nicht zu sehen. Ja vielleicht kann ich ja nochmal irgendwo von oben runter gucken. Leider sehr bewirkt. Immer noch. Und es geht hier auf so einen größeren Waldweg lang. Zwei Kilometer bin ich jetzt gelaufen. Na gut dann wird es heute nicht so warm. Wenn die Sonne mal fehlt. Ist ja auch mal nicht schlecht. Trotzdem werde ich gleich meine Jacke ausziehen. Das ist ja schon wieder ein bisschen zu viel was ich hier anhabe. Naja. Im Moment geht es noch. Bis denn. Ja. Na gut, bis jetzt nicht! Du bist gut. Beim habíaсьander Treppen. Ein als da ist eh so schön locked mal. Das Made очер минимум. Benfahren noch mal. C'mon war. Untertitelung des ZDF, 2020 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 jetzt mal ein schöner halbweg so von da um eigentlich gerade jetzt komm jetzt geht es hier wieder an so einer wiese vorbei am waldesrand ja ich wollte gerade auf meinem handy mal gucken wie das wetter hier ist so mit dem wetterbericht natürlich null datenverbindung hier also das ist deutschland ist wirklich parteiwerkstände hier mal auf dem land ist oder ein bisschen draußen absolut und unmöglich was zu machen mit telefon zu weg sind die satelliten noch oben die eröffnen ja noch ein bisschen immer hier an dieser wiese lang der weg ist ja nur zu erahnen was hier sein soll aber hier führt meine rote lang der weg ist schon jetzt ganz schön zugewachsen wenn man kein navi hätte kann man das wirklich neu erahnen wo es hier lang geht naja ist keine offizielle wanderroute oder sowas den track hat irgendwann jemand erstellt verlaufen kann man sich nicht überall ortschaften in der nähe und das ist ja schon hüfthoch das gras für mich so jetzt bin ich hier in den ort podelzig angekommen aber den verlasse ich auch gleich wieder wie es aussieht nur ein stück und dann geht es in die andere richtung wieder zurück schön hier die roten blüten so den ort habe ich jetzt auch wieder hinter mir gelassen ja leider läuft man durch diese orte immer über solche hässlichen landstraßen und mein linker fuß macht mir heute ein bisschen probleme an mein fußgelenk naja vielleicht ist ja bald wieder weicherer waldboden in sicht das gibt es gleich wieder links rum hier mal sehen wie es da wird naja sand besser wie gar nichts fünfter winter so jetzt geht es hier ein stück an der b112 lang da sieht man das verkehr ohne ende naja soll nicht weit sein das stück hier und dann geht es wieder rechts rein in den wald man läuft ja hier auf dem radweg da geht es ja halbwegs es gab schon touren da musste ich mitten auf der oder am fahrbahnrand laufen das ist natürlich wesentlich unangenehmer wenn da ein verkehr ist so noch ein stück hier vor und dann geht es wieder rechts rein ins grüne so und zack kaum bin ich in den wald schon wieder ihr wisst schon was naja sogar vernagelt kommt man also gar nicht rein ist auch gut so sehr baufällig hier diese mini bude naja hier ist mein weg und jetzt komme ich zur priesterschlucht noch ein paar hundert meter in die richtung mal sehen warum die priesterschlucht heißt so hier geht es jetzt zur priesterschlucht liebe gäste bitte lärmt nicht und kreuz und quer in der natur umher wozu gibt es sichere wege denkt ans wild und seine hege ja mach ich doch mach ich doch mach ich doch das hier ist wieder ein kleiner in den weißen tisch mit schönem na gut gehen wir hier weiter geht hier ein bisschen steil hoch so eine schöne hügellandschaft hier man merkt es auch in die beider so die bank ist dann meine ich gehe mal hier ein Stück vor vielleicht sieht man ja was von der schlucht noch mehr oh da kommt die noch hier vorne geht es zumindest ziemlich weit runter da gehe ich mal hin naja schlucht eine schlucht für brandenburger verhältnisse oder es kommt noch was mal schauen ich glaube ich werde jetzt erstmal was essen was trinken ok kleines bäuschen so mahlzeit da lasse ich mir mal schmecken ein mohnpaket mit buletten mal schauen ob das schmeckt was zu trinken habe ich auch mit naja heute mal kein kaffee aus gewichtstechnischen gründen so die priesterschlucht habe ich hinter mir gelassen viel mehr gab es da wirklich nicht zu sehen naja es ist ein naturschutzgebiet sicherlich deswegen und jetzt geht es hier noch ein stück hier vor wieder und dann links weiter ich hoffe dass ich noch zu diesem befehlsstand komme aber ich denke mal das liegt ja auf der route naja das sind noch 4, noch was Kilometer die tour so na gut so so da aus der richtung komme ich priesterschlucht und jetzt gehts hier nach 1,2 km in die richtung nach Heidwein da steht hier mein Auto mal schauen ob ich noch den Schukow Unterstand finde ja und dann zeige ich es euch bis dann ja aber vorher kommen noch die Wallberge das sind die Reste einer slawischen Besiedlung die hier vor mehr als tausend jahren war hier stehen einige Tafeln aber manches ist ja nicht mehr gut zu lesen so gucken wir mal ob wir noch was sehen also hier ist so wie so ein Wall des künstlichen Ursprungs weiß ich nicht gehen wir mal davor und hier gehts ganz schön runter ja also hier hat dieser Wall viel ist nicht zu sehen also ich kann nicht erkennen was die hier geforscht haben die Leute hier ist nichts zu sehen ok ja ich nehme an das ist hier dieser Wall gewesen so an der dicken Eiche vorbei gehts also zu sieben Schukow Befehlsstand naja den Umweg mache ich noch 1,3 km hier ist die dicke Eiche ja schöner Apparat also irgendwer hat mich heute lieb hier mit dem Weg wie soll ich denn da runterkommen ich bin ja kein Bauchbenser hier irgendwie muss ich da hin also das wollte es hier wollte wohl niemanden so lange wie das hier liegt ist schon alles fast vermodert und bemoost so ich nähere mich langsam dem Endpunkt heute also dieser Befehlsstand scheint wohl wirklich richtig tief im Wald versteckt gewesen zu sein und trotzdem hatte er da wohl freie Sicht auf die Felder die Seelower Höhen da die Richtung wo seine Leute quasi gekämpft haben ja jetzt bin ich schon ziemlich weit unten ringsrum ist dichter Wald und irgendwann müsste man ja mal sehen da oben ist eine Gedenktafel da werde ich mal hingehen okay hier geht es dann also hoch wo diese Aussichtsplattform war es wahrscheinlich und der Bunker von Zhukov ich weiß nicht was man da noch sieht das ist ja schon ein paar Jahre her und das zum Ende meiner Route hier strengt ein bisschen an eieieiei also schön Schuhkopfbunker und da sind die Reste die werden sicherlich zu sein oder zugeschüttet aber jetzt nicht weiter also hier drinnen hatten die ihren Bunker im Befehlsstand aber ich geh nochmal weiter hoch auf die Anhöhe vielleicht sieht man da auch noch was Puh das ist mir hier wieder ein Stück runter dann die so jetzt geht es hier weiter die trappen hoch und wenn ich noch was sehe zeige ich es euch guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck da sind überall Stellung ausgegraben, das sieht man doch die Ohren am Weg das ist hier der befehlsstand hier sieht man auch Marshal Zhukov der hat hier die sowjetische armee geführt in der letzten schlacht vor berlin quasi ja, Generaloberst Vasilij Ivanović Zhukov, Oberwärtsfehlzauber der 4. Gardearmee ja, wir wissen ja alle wie es ausgegangen ist oh, hier hat sogar jemand Blümchen hingestellt ja, es sind viele Leute hier gefallen war schlimm und die Aussicht hier, warte mal, jetzt haben sie wahrscheinlich die Bäume da vorne weg gemacht oder keine Ahnung, jetzt sind die alle nachgewachsen, sieht man nichts mehr von dieser Aussicht aber nicht mehr viel ups oh, hier hat ja seine, die Armee beobachtet, wie sie gegen die Deutschen vorgerückt ist kann man sich gar nicht mehr vorstellen ok so, jetzt gehe ich hier wieder irgendwie zurück auf meine Wanderroute und sag schon mal Tschüss ich hoffe ihr habt ein bisschen Spaß gehabt ja, die Tour war etwas anstrengend durch die leicht hügliche Landschaft bin ich ja nicht so gewöhnt und außerdem Kopfstand, was da Asphalt durch die Ortschaften, das streckt schon an ich habe auch ein bisschen Probleme mit meinem Fußgelenk naja, jetzt merke ich es langsam, das ist schon wie viele Kilometer habe ich jetzt ähm 13,39 eins, guck mal noch, was muss ich noch ja, das ist für mich schon relativ ausreichend heute so, bis zum nächsten Mal Tschüss Euer Uwe 1,5 2,5 1,5 2,5 4,5 4,5 5,5 5,5